Seid gegrüßt und willkommen zurück zu track 2 Yomi und ich würde sagen legen wir direkt los let's go und viel spaß bei dieser folge so und ich hoffe dass wir das jetzt hier mal langsam hinkriegen oh komm beweg dich guck mal ich hab nur noch drei leben schon wieder nur noch drei leben wird schafflich never also man kann auch mit den gegnern auch wirklich übertreiben da sinkt der funfaktor von 100 gleich wieder runter auf null guck mal er haut mir so ein knüppel hier drin der drift so gut dann kommt er von zehn leben runter auf null also unwiel unrealistisch ja ausdauer ist mal wieder für den arsch wieder nur viel leben braucht mindestens acht weil das ist zu wenig da kommen eindeutig zu viele ich probiere schon 15 minuten hier durchzukommen das ist einfach nicht möglich der scheitert jetzt hier an dieser stelle ich werde hier schon lange fertig ich kann sagen Ich will dir das hier schaffen, kostet was ich erwartet wolle, wenn ich gewisse Morphu um 6 ersetze. Das ist ein Wiener Dundee, das ist ein Wiener Dundee. Man, ey, wurde auch Zeit. Also, wirklich. Was war denn das bitte schon? Achso, das ist spiegelverkehrt, oder? Boah, man sieht das so beschissen da oben. Boah, was ist denn das für ein Symbol, ey? Der Symbol ist doch hier gar nicht drinne, hier ins Unten. Ach, am Ende kommt immer so eine Scheiße hier, ey. Das wird wahrscheinlich oben sein. Also, wirklich. Das Spiel ist am Anfang geil. Und je weiter man kommt, umso beschissener wird immer alles. Was mich jetzt an Zeit gekostet hat und nerven, der Endboss. Dann bin ich hier nicht vorangekommen, ey. Und, 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 und. Oh, ein Schweizerpunkt. Sehr gnädig. Oh. 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 Und hier ist auch überhaupt gar keine Munition. Ihr macht mich nicht nochmal so fertig. Kein Spiel der Welt bringt mich in den Knier. Zwar mal ein paar Ausraster so, aber werde niemals aufgehen. Niemals. Ausdauer erhöht. So ein Gesundheitsboost wäre nicht schlecht, wenn wir nochmal ins finden würden. Oh. 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 Ja, super, perfekt. Perfekt geschossen. Ich hoffe auch mal, dass wir hier auch endlich mal das Ende erreichen. Ich hoffe, dass wir hier auch noch nicht verletzen können. Ich sag ja, mal klappt es wunderbar und dann mal wieder nicht. So, da haben wir schon mal die komische Leiter, oder was es da ist? Ach, die ist auch ganz unten. Aber diesmal nicht. Weil das muss ratzfatzien und nicht stundenlang da rumprobieren, dass man da nicht weiterkommt. Ja, du denkst auch, du bist der Samurai-König, oder? Aber nicht mit mir, Leute. Manchmal ist es auch so schwer zu erkennen, wo man da lang muss, aber das ist eigentlich ziemlich alle lineär. Gibt eigentlich nur ihn weg. Weil wir sind jetzt so weit gekommen. Jetzt gehen wir nicht mehr auf. Ja, du denkst. Ja, du denkst. Ja, du denkst. Ja, du denkst. Ja. Weil, lass mich nicht einfach immer so schnell kalt machen, dann kommt man nicht weiter. Ah, ne? Ja. Bis jetzt läuft es ziemlich stabil. Wie, äh, fragt sich bloß wie lange noch. Okay, das ist so ein komisches Dreieck, nenn ich das einfach mal. Dann haben wir da so eine komische Leiter. Und das Rätsel ist gelöst. Wie, äh, fragt sich bloß. Wie, äh, fragt sich bloß. Okay, da komm ich nicht durch. Okay, da komm ich nicht durch. Okay, verstehe jetzt den Sinn nicht. Ey, wo ist denn mein Charakter? Ey, bin ich doof oder wat? Wieso passiert denn jetzt hier nix? Boah, ey. Leute. Was ist denn das hier schon wieder? Boah, verstehe ich hier nicht. Ey. Ey, wat ist denn das hier schon wieder für'n Müll, ey. Okay. Okay. Ich bin, ey. Okay. Okay, sag' mal. of sie. Ey, das schafft man ja nicht so schnell. Ich bin ja nicht so schnell. Ey, darauf muss man auch erstmal kommen, dass man auf die Lichter achten muss, ey, meine Güte, ey. Wer hat das, fragt mich auch, wo hier das Ende ist. Gibt's gar kein Ende, vielleicht? Wer weiß. Also, dass da statt mal so ein Gesundheitsding kommt. So, jetzt werden wir hier mal eine Runde sprinten, dass das hier halt mal ein bisschen schneller geht. Naja, mit der Ausdauer hat er halt nicht so. Oh, wo bin ich denn jetzt hier? Die haben auch eine ganz komische Art zu kämpfen. Ja, komm, dich nämlich ohne mit. Also, ich sammle hier nur Gegenstände ein. Ja, Ausdauer. Ich brauche Gesundheit. Komm, gib mir Gesundheit, ne? Es geht doch. Warum nicht gleich so? Oh. Okay. der nimmt hier irgendwie auch kein ende also wirklich die haben wirklich eine sehr komische art zu kämpfen ja jetzt noch kein scheiß hier ja 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 man etwa auch ein weiter weg ok dann noch ein bosskampf ja 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 Oh, Wimilust. Das ist der Grund, dass wir uns zwei Waffen haben. Wir haben uns nicht nur ein Kageろう, sondern es war ein Waffen. Wir haben eine Liebe, eine Liebe, eine Liebe, eine Brüte, eine Brüte, eine Brüte, Die Liebe wählen, die Pflicht wählen, die Garm ablehnen, die Pflicht wählen. Die Pflicht wählen, die Pflicht wählen. Die Pflicht wählen, die Pflicht wählen, die Pflicht wählen. Die Pflicht wählen, die Pflicht wählen. Die Pflicht wählen, die Pflicht wählen, die Pflicht wählen. Es kommt noch so ein Endkampf. Die Pflicht wählen, die Pflicht wählen, die Pflicht wählen. Mal gucken, wie der Kampf so... Ich hoffe, der dauert keine Stunde, der Kampf. Aus dem Weg mit dir, du Schmutz. Den Endboss werde ich sowas von... Ich werde ihn jetzt Samurai-Schwert so reinhämmern. Als möge er nie gewonnen. Mitnehmen. Ja, das haut voll rein. Dann ist es schon hier der Endboss? Ne, oder? Bin mir ein bisschen unsicher jetzt. Ne, war auch noch nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Gesundheit wurde erhöht. Ich bin jetzt nicht so schön. Ich bin es. 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 Ja, Ausdauer war ziemlich im Keller. Hallo Pferdchen. Hmm. Wo versteckt sich der Endboss? Das ist hier die große Frage. Jaja, der tut weh, wa? Ja. Ich denke mal wir müssten auch gleich dort sein. So weit kann es nicht mehr sein. Weil wir hier auch immer diese Umwege rennen müssen. Aber wir werden schon an unser Ziel kommen. Dann macht euch mal keine Platte. Oh! 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 boy shit. Alter, leck mich am Arsch, ey. Wartet nur Feuerwerkslager da. Hat sich auf jeden Fall so angefühlt. So, ey, Koffe, das ist jetzt wieder der endgültige Endkampf. Ja, das ist er. Den werden wir jetzt mal die Klinge zwischen der Butter schmieren. So, ab geht's. Okay, hätte ja klappen können. Ah, der hat aber guten Damage, ey. Ah, der braucht eine Spezialbehandlung. Alter, Schwede, was hat denn er für ein Damage, ey? Ist ja Wahnsinn. Okay, dann bin ich ein bisschen überfragt. Alter, so schnell kannst du die Tasten gar nicht drücken. Keine Chance ey mit den Waffen. Könnte Heiter werden. Keine Chance ey mit den Waffen. Geh! Aber nicht mit mir heute. Oh, bitte nicht von vorne. Beschüssener Speicherpunkt. Ganz beschissen. Also dass ein Kampf nicht reicht, nein, es müssen zwei sein. Hm. Das war's für heute. Was ist das? beschissen alter das ist doch scheiße schon wieder alles klar leute kommt eh das ist bullshit scheiße weil ich möchte das spiel auch gerne mal fertig haben also das hätte ich nicht erwartet schon wieder dass hier so was passiert unmöglich ja 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 leute was soll ich noch dazu sagen wenn das nicht klappt dann muss ich hier nochmal einen cut drin machen ich bin wieder kurz davor auszuresten ja 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 ne leute ich würde sagen dann machen wir hier erstmal stopp und machen auf jeden fall in der nächsten runde weiter also haut rein und bis dann ja 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 ja